Noch einmal stelle ich euch heute einen rassigen Rock Latin Song vor, meine Freunde nah und fern im In- und Ausland. Er ist nicht in Südamerika geschrieben worden, sondern 1974 von Claude Morgan. Der französische Komponist wurde in Sus in Tunesien geboren und begeisterte mit diesem Hit das internationale Publikum. Herrlich lässt es sich auf diesen Rhythmus tanzen, der mit dem typischen Wow-Effekt erklingt. Mal sehen, ob ich das auf dem Keyboard auch hinbekomme. Also, let's dance mit El Bimbo! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, hübsche schlanke Girls tanzen auch heute immer noch nach diesem Rock Latin Style. In ihren grün-rot-bunt und blauen Outfits bewegen sie sich rhythmisch sehr rassig mit und ein paar Guys sind natürlich auch dabei. Einfach mal El Bimbo auf YouTube aufrufen, euch die Schritte merken und dann könnt ihr in wenigen Minuten das mittanzen. Auch sehr gerne natürlich jetzt mit meiner Einspielung. Ja, aber was passiert das nächste Mal. Was präsentiere ich euch da? Hm, Überraschung. Und bis dahin wünsche ich euch was. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.